grüß dich schön dich zu sehen ich hoffe es geht dir gut wir machen heute zusammen ein dessert für die festtage und zwar machen wir ein zimtpuffet für mich gibt es kein passenderes dessert zu weihnachten zimt weihnachten das gehört einfach zusammen und du wirst es gleich sehen das ist so schnell und so einfach zu machen und unheimlich lecker ich habe hier eine kekform die ist rund 25 26 cm nimmst dann eine classic folie und wir kleiden diese kekform mit dieser classic folie aus schön vorsichtig bis in die ecken drücken und dann auf die seite stellen und nun die masse mit einer großen schüssel mit einer kleinen schüssel zwei bis drei eier je kleiner die eier je mehr nimmst du und diese trennen wird eiweiss in diese schüssel und das eigelb in die große und das eiweiss geben nun mit ein bisschen zucker steif schlagen und wenn das gemacht hast nämlich gleich die schlagsanne die hier bereits gemacht aber die wird dann auch gleich noch steif geschlagen schlagsanne steif eiweiss ist steif hier haben wir noch das eigelb das schlagen wir jetzt gleich schaumig mit ungefähr 100 gramm zucker das eigelb ist wunderbar schaumig schön hell wie du siehst jetzt gebe ich noch ein bisschen vanilpaste hinein du kannst natürlich auch das mag keine ganze vanilstange nehmen und dann den hauptdarsteller noch zimt 1 bis 2 kaffee löffel zimt die menge bestimmst du ist wie du willst wie stärker sein soll nun von hand gut herunter mischen ist nur noch gut herunter gemischt sein dann nehmen wir gleich die schlagsahne geben die schlagsahne hier hinein in diese masse vorsichtig unterziehen dass es schön luftig bleibt geld wir wollen es nicht zerschlagen und dann war ich noch schnell das eiweiss das eiweiss schön vorsichtig darunter ziehen dann nimmst du eine auflauform die du vorhin bereit gemacht hast und gibt es die ganze masse hier in diese eiflauform hinein schön vorsichtig nimmst du einen suppenlöffel und verstreiche es schön gerade hier drin das reicht schon ich nehme noch die restliche folie und deck es ein bisschen zu hier das war es dass die ganze hexerei bis dann simperfait fertig ist für das herstellen dieser masse habe ich nicht mal 15 minuten gebraucht wirklich sehr schnell hergestellt was aber jetzt kommt ist der lange part denn die masse muss nun runter kühlen am besten sogar geführten und damit musst du fünf bis acht stunden rechnen du kannst es aber heute machen die ganze nacht in den tiefkühlen und dann kannst du morgen fertig dekorieren das simperfait lag bei mir nun rund sechs stunden im tiefkühlen schön fest geworden jetzt werden wir noch ausdekorieren wie dekorieren du kannst jetzt hingehen streifen schneiden auf dem teller anrichten mit irgendeinem guss oder einem schlee und wenn du acht portionen machst mindestens einer wird nicht schön und das nervt mich nervt jedes mal ich zeige dir jetzt kurz eine einfache methode die auch schön ist und die auch gut bei den gästen ankommt ohne großen stress wie versprochen wir dekorieren um das parfait fertig damit das nicht ein riesen aufwand ist und trotzdem schön wird hier im teller das gebe ich gleich das pafait drauf hier das feste pafait klopfen Öl kommt raus siehst du vorsicht nehme ich es jetzt und gebe es jetzt hier auf den teller dann nehme ich die schlagene sahne habe ich hier einen spitzbäutel gegeben mit einer sterntülle und jetzt dass sie sich hier die rosetten drauf ohne alt durchgehen bis nach hinten siehst du das und das selbst sieht schon mal richtig schön aus siehst du was ich hier habe das sind alte weihnachtsgewecke und die zerbröse ich jetzt ein bisschen und von diesem blösen geben wir ein bisschen über die sahne das dürfen dicker sein ein bisschen feiner sein und das ist unsere einfache doch wie ich finde schöne dekoration und zimperfait und dieses zimperfait mit der schlagsahne drauf die sieht doch gut aus oder die nehme ich jetzt wieder und stelle sie wieder in den tiefkühler jetzt können wir es wieder mit dem schlagsahne gefrieren und am abend wenn das besser ist kannst du entweder die ganze platte nun auf den tisch stellen dann kann sich jeder so viel abschneiden wie er möchte oder du kannst es wie vorhin auch wieder die stücke schneiden gibst sie auf einen heller teller gibt es ein bisschen schokoladenpulver darüber und sieht alles wunderschön aus vielen lieben dank fürs zusehen viel spaß beim nachmachen wir sehen uns in der nächsten tschau